Wie sehen Sie die Zukunft von Flugabwehrkanonenpanzern wie dem Gepard und Co. jetzt, dass sie dank starkem Drohneneinsatz wieder militärischen Nutzen gewinnen? Ich denke nicht, sie haben, dass sie jemals den Nutzen groß verloren haben. Die Flugabwehrkanone ist und bleibt eine hervorragende Art der Flugabwehr, weil sie billig ist und weil sie im Gegensatz zum Laser nicht nur gegen eine Art Ziel zu gebrochen ist. Der Laser ist nahezu gefechtsreif. Der sollte dieses Jahrzehnt, dürften wir die ersten Laserwaffen sehen. Nur Laser sind gegen Kampfpanzer nicht besonders gut zu gebrauchen und gegen Infanterie wird schon nochmal eine Hausnummer schwieriger. Aber packen Sie Annäherungszünder mit Aufschlagzünder, also packen Sie gemischte Munition in den Gepard, dann zersägt der Schützenpanzer einen Infanterieangriff, danach schießt er ein paar Drohnen und ein paar Maschflugkörper ab und dann hat er noch seinen kleinen Gurt mit je 20 Schussseekanone mit panzerbrechender Munition und wenn dann ein gar zu unvorsichtiger Kampfpanzer ihm seine Seite zeigt, zerschießt er auch den. Das kann der Laser nicht. Der Gepard war nie überholt. Der ist ausgemustert worden aus Sparsamkeitsgründen, wo man schlicht und ergreifend in Kauf genommen hat, eine sehr leistungsfähige und sehr wichtige Fertigkeit aufzugeben, weil man gesagt hat, wir werden schon nicht wieder brauchen. In Afghanistan brauchte man keinen Gepard, in Mali brauchte man keinen, in Unifil brauchte man keinen, wahrscheinlich hätte man da nie einen gebraucht. Solche Einsätze sind keine Geparden nötig, aber im konventionellen Krieg ist der Gepard oder etwas wie er nach wie vor leistungsfähig und nach wie vor gut. Daher sehe ich eine klare, ich habe das schon in der Vergangenheit gesagt, ich sehe die Renaissance kommen, Laser sind eine andere Option gegen Drohnen, aber Laser haben eben den Nachteil, dass die Art der Effizienz gegen andere Ziele überschaubar ist. Ich sage nicht, dass er komplett nutzlos ist, aber die sind überschaubarer als mit etwas wie dem Gepard. Und dann ist es halt so, der Laser kostet der Einsatz auch praktisch nichts, der muss nur Strom erzeugen. Flugabwehrraketen, selbst die kleinsten, kosten Zehntausende, wenn nicht gar einen sechsstelligen Betrag. Die Gepard-Granate soll zwischen 40 und 70 Dollar kosten. Eine. Und gerade im letzten Lagebericht war es, glaube ich, habe ich Ihnen das Video gezeigt, wo die Ukrainer sagen, sie brauchen drei Schuss je Rohr. Also sechs Schuss, wenn wir die billigste nehmen, sechs mal vier ist 24 oder sechs mal sieben ist 42, wenn man nicht alles täuscht. Also ist im teuersten Fall 470 Dollar, um eine Drohne abzuschießen, wenn die halbwegs recht haben. Und das ist natürlich, da ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis klar zugunsten des Gepards, selbst gegenüber Schahit 136. Und dann kann er ja auch noch Kampfpanzer bekämpfen, Schützenpanzer bekämpfen, Infanterie bekämpfen und den Hubschrauber abschießen. Das einzige Problem mit der Rohartillerie ist, dass ihre Reichweite begrenzt ist. Da kann man sicherlich mit Technik noch ein bisschen dran fallen und noch mal einen Kilometer rauskitzeln. Aber im Notfall macht man es halt so, wie es die Niederländer gemacht haben mit ihren. Die haben einfach noch zusätzlich Stinger außen dran gehängt. Oder wie die Russen es mit Tunguska und, wie heißt der andere, fällt mir gerade nicht ein. Also diese zwei sehr ähnlichen Systeme. Die haben Kanonen und Flugabwehrraketen. Das spricht ja nichts dagegen, im Notfall halt an den Geparden draußen nochmal vier Stinger zu hängen oder irgendwas in dieser Art. Von daher sehe ich eine klare Renaissance von denen kommen, weil sie meines Erachtens das effizienteste Mittel zur Drohnenbekämpfung sind, das gleichzeitig auch noch für anderes zu benutzen ist. Denn sie können immer irgendwas Perfektes finden. Das ist das Beispiel mit dem Terminator, der immer wieder besprochen wird. Der BMPT, den die Russen haben. Ein hervorragendes, meines Erachtens, ich stehe dazu. Ich bin der Ansicht, es ist die perfekte Waffe für den Häuserkampf, um eine Stadt zu erobern. Aber eben nur dort. In jeder anderen Einsatzart, egal wo sonst der Einsatz erfolgen könnte, sind andere Fahrzeuge besser. Und das bedeutet, wenn man den BMPT aufnimmt, dann muss man eine komplett neue Struktur in seiner Einheit schaffen oder man muss auf anderes verzichten. Und entweder man verzichtet auf Fähigkeiten oder man erhöht die Komplexität und die Logistik und beides ist nicht ideal. Deswegen hat sich der BMPT oder etwas Vergleichbares wie er nicht durchgesetzt. Den haben noch zwei, drei andere Nationen gekauft. Ich glaube, Kasachstan und Algerien wollte welche kaufen. Und noch irgendjemand. Aber die sind zu Vergleichbares, ist nicht weltweit verbreitet. Und ähnlich ist es mit Laser oder sowas. Aber da hat der Gepard den riesigen Vorteil, dass er sehr vielseitig einsetzbar ist. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen, im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen. Bis bald und auf Wiedersehen.